Und zwar mit Danu, Kunran, Maru, Maxi, Tauda, Pain und einem Hallo! Guten Tag, Juli. Hallo, Juli. Dem Juli, wer sah? War? Äh. Der hat gezockt. Der hat gezockt. Der hat, äh. Hier. Juli. Die Tür führt ins Verderben. Ist das dein Zimmer, oder was? Nein, guck. Mach die Tür. Mach die Tür auf. Oh nein. Pass auf, geh da nicht rein. Oh Gott. Pass auf vor den Socken, die leben schon. Du hast eierlegt. Ey, mein Zimmer ist mega aufgeräumt. Kauto hat einen Raum voller Pflanzen geradet. Was ist denn so eine Tür von der Wand? Mein Gott, hier ist die Leiche. Du geradet auch den Raum voller Pflanzen. Da wollen wir hinabschießen, da hinten. Da ist halt echt eine Leiche. Was? Ich bin wieder gespawnt, aber bitte lass mich irgendwie in den Team holen, okay? Irgendwie? Das ist die zweite Fake-Leiche. Das ist jetzt schon komisch. Wir spielen nicht mehr mit Zombies. Es gab jetzt noch eine Fake-Leiche. Eine zu viel. Hallo, Mann. Was geht hier oben, Mann? Kann da nicht auch einfach jemand gestorben sein, oder so? Ja, das ist auch. Kannst du nicht, kannst du nicht fallen? Gefährlich, ne? Ey, das ist bestimmt nicht. Das ist wie mit der Mutter der deutschen Sprache, du kannst jemanden umfahren oder umfahren. Also ich find das schaut cool, ich würd sagen, das ist okay. Oh mein Gott, das stimmt, Martin. Da hat einer gefällt. Mein, nein. So wäre ja gefällt. Das ist echt viel hinterher. Das ist aber... Ich hab das Drogenlabor gefunden, magst du nicht da hinten hingehen? Das ist das Drogenlabor. Drogenlabor? Mauer hat gefällt. Wenn du die Bärenfalle legst und ich seh das, korre ich das. Ist das gefällt schon? Dann hast du gefällt. Ja, ich hab den jemanden gefunden, der gefällt ist, der ist dem falschen Fahrstuhl runtergefällt. Der ist gefällt. Ne, der ist ja gefallen, nicht gefällt. Achso. Der Jägerfällt. Das ist der Jägerfällt, genau. Achso. Und wenn's mehr Jäger sind, falten die. Die kommen denn nach unten oder nach oben? Die muss doch irgendwo ne Treppe auf. Oh, der war jetzt schlecht. Hey, Penny, hat wir absolut übergetrieben. Okay. Ne, aber guck mal, sie... Er... Erf... Erfalt. 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 langsam nicht geschossen was passiert da ist nie explodiert julie oder ja und ist nicht ich esse sie schnabuliert jetzt der dete und ich hab jetzt den moment dass ich es gegessen kann es nachgucken hier wurde schon aboliert ich gebe eine bestattung bestattung jetzt aber nicht wieder springen also mcfly hat julie mit der golden die gemacht richtig ja ich habe julie danach gegessen ja das war eine granate einfach nur ja er ist gefallen also es war ja ich weiß vielleicht kann man auch eine convolator als fallen bezeichnen da liegt noch ein geschenk wo ist items ich bin hier und hier auf dem weg nach oben okay wir schießen items an und er muss das geschenk nehmen nein nein ja das war ja das wäre ja schlimm keiner von uns hat hier eine granate geworfen ja ich noch auf uns hat kein aber es fehlt noch nicht er wollte selben kill noch mal machen welchen selben kill ich habe noch gar keinen kill gemacht doch du hast auch was da passiert da war ein einzelner die geschütze ja das ist schon richtig ja von wem auf wen aber wir haben alle das war keines halt geht die wir alle gemeinsam da muss jetzt gerade auch geworfen 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 ein wirst du ja hier gibt es kein eins jetzt kommen nein also muss das geschenk jetzt da passiert was jetzt das war sexy ich dir plötzlich nicht mehr warum hast du er hat auf einmal irgendwas hat gehabt was ganz anders aussah wo die situation ja noch müssen ja nicht wahr wie wir alle sehen doch du wolltest aber ich hab gesagt du sollst das nicht tun hast du schon lassen ich Agentenmesser ich darf ja wohl das Agentenneif in der Hand haben oder nicht plötzlich in der Hand Alter das weiß ich nicht ob du das darfst Dalo hast du gerade getrunken nein das hat sich angehört dass wir das hier nimmst du mal einen Schluck aus meiner Flasche oh nein danke das ist Weihwasser oder was da war ich hier von mir einem da war mal knapp du ja fast der Shruggen oh 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 warte mal wir haben noch einmal du bist Feind Feind bist du Feind? ich bin Feind warum sollte ich sagen hallo ich bin Feind schießt auf mich oder was hier ist einst totes Mensch hier ist eins auf mich schießen ja unter da gut tief gefallen was holst du dir wieder von deiner Leiche da? nichts das bin ich hallo ist tot ja echt wieder ein Jackal vielleicht warum spawnst du denn jetzt nochmal das ist nicht nett weil ich nie tot war bin fein kannst du mich zum Sidekick machen? ähm ich weiß nicht ob ich durch die Tür durch kann ähm kann ich dich jetzt zum Sidekick machen das ist ne gute Frage dann kann ich nicht ich hab immer noch keinen Platz für die Sidekick Diegel weil ich spart ja ach ja wir haben ja beides nicht belegt ja aber ich hab ne Idee was wir machen können drunter ja sowas ähnliches ja ich weiß nicht wie ich hochkomme ich kann an der einen Tür nicht mehr hoch kund dran was hey hey stopp 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 Minigun Alter Alter wo packst du die ganzen Sachen auf einmal wieder da hatt ich ja kurz Glück gehabt dass McFlymptautor sich da beschossen haben ja ich hab auch nicht beschossen ich hab gesagt du solltest nicht mehr ja und auf einmal steht er im Poltergeist ich würde das halt nur so klack machen und ich dachte also irgendwas hat er jetzt gemacht irgendwas dummes ja 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 erkennt man eigentlich ja lustigerweise hab ich nur ne Disco geworfen ich wollte dich einfach nur vorm Dach schubsen aber du bist wohl irgendwie anders daran verwechselt ich hätte in die Wand geprallt oder so das war halt Glück ja mit dem Kopf gegen die Wand das war einfach nur ne Disco nix anderes das ist gamble euch jetzt da oben oh hier wurde einer erschossen da wurde jemand gegambelt oder ich von hinten der wurde hier rausgebracht wenn das Judy war au der war Toto ha oh Adam's da töten sich Leute da oben ich hoffe Adam's lang also Toto war auf jeden Fall böse weil ich hab einen Credit dafür bekommen bist du Adam ich seh dich dahinten doch ich hoffe mal dass das wirklich war und das nicht ein anderer war war BATE das war BATE oh 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 ja könnt ihr aufhören euch gegenseitig zu beten die Tote Menschen oh Gott ist gleich wieder cool ist doch nicht cool warte ich muss mir was anderes überlegen PAIN 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 ich schauke PAIN jetzt kill mich doch vielen Dank vielen Dank du kommst nicht weg du kommst nicht weg da jeder von euch kommt gut mit seinen Aktionen oder ich will mir ins du hast einfach ein abgeballert es kommt oft genug durch bei uns gerade eben h du warst auch wieder gegen die leiterwand das war wieder nur eine disco leiterwand ist killer bitte disco dachte ich hätte da noch zum zeitgek geschossen okay das war das die neuen diskus in echt hat aber wollte ich aber wollte ich nur geschenk ich sehe da ganz viele damit verfolgen sich da unten sie sind alle was soll denn das damit kommst du nicht durch aber ich bin schon mal keine du wahrscheinlich nicht aber das heißt da oder nein es ist nein ich habe ihn gerade weg rennen sehen und hat gesoffen aber es okay irgendeinen halter lebt wieder hat auch nicht wieder hat auch gut gefressen das ist nicht tau-tau das war pain doch er war schon wieder beliebt bevor du angefangen hast zu essen der vorbeigelaufen habe ich schon auf ihn geschossen wen habe ich dann gegessen ja weiß es nicht ne fake leiche von tau-tau lag da nochmal hey geh weg mit meiner nein meine hier ist da meine meine fake leiche meine fake leiche e-beams fake leiche hier wird gleich wieder einer sterben am anfang ich gehe wieder auf starke ich gehe wieder auf starke hier wird jemand sterben wir beobachten das hier wieder was da wurden zwei dead ringer angemacht nein pain spammt den wieder nein ich habe einen hallo julie ich bin magier aber ich habe ihn nicht gespammt das ist weil es hier oben heilt oder das ist keine gerechtigkeit aber jetzt weiß nicht ob ich am leben bin oder nicht hallo ja das ist da hallo was mir das im schulie doch ich bin das ist ja nur ein trick richtig das geht nicht mit rechtem legen zu ist ein zaubertrick wenn wir die spannung zu erhöhen werde ich jetzt ein foto schießen oh oh da biet komm her du komm her komm her nein stop it wer wird ausnutzen keiner stop it nicht in der dritte ja wieder wir waren ja auch alle breit das was ist da gewachsen das war ein trick ja da kann der mager noch was von lernen aber kann ich mich teleportieren von einem dach zum anderen nein er fängt wie an ich bin protest ein bisschen prothesen ein langer trick der jetzt vorbereiten werden muss weil ich zeitgeklar natürlich das ist meins nimmst du anlauf oder so tschüss da drüben steht auch einer dritte türen ja du hast es hier fast ein items ist das fast aber das ist leidigend werden Mm natural items juli keluarges mainester nicht hochkommt jul겠� okay Hearts hat der hat dann wieder einen Nee, nicht die Treppe dahinten runter gehen. Haben wir das gerade weggesch... Alter! Ey, was ist... Da war die Drachenlordbombe. Den hätten wir lange nicht mehr. Wir haben ja nur einen Drachenlordbombe. Juli, komm. Na, Kampf. Juli. Ja, da muss einer herkommen. Ne, müssen wir nicht. Seh deine Füße! Nein, ich hätte sie doch! Oh Gott! Ihr habt nur einen Lag. Nicht raustaben hier. Ich wollte nicht raustaben. Das Fenstermodusproblem. Okay, bin wir da. War die das ja gemutet, oder? Oh mein Gott, ich seh nichts. Oh nein! Du warst wohl gemutet. Was wissen wir nicht, wenn du nichts sagst? Okay, schnell sterben, bevor ich... Na, hat sie mal eine ruhige Runde vor mir. Was wolltest du denn groß sagen? Ich hab euch erwischt! Erwischt? Wie du da richtig schlecht die Bärenfalle gelegt hast. Ach so, deswegen hat mich auch Juli nicht gehört. Wie du gefeilt hast. Deswegen hat mich auch Juli nicht gehört. Als ich tausendmal gerufen hab, die da nicht hoch. Hab ich ja schon. Ich hab's ja gewarnt. Ja, dankeschön. Ohne Stimme. Ohne Stimme. So, unfälliger Schaden. Was schöneres gibt's nicht. Ohne Priester. Ohne Priester. Ohne Priester. Ohne Priester. Hat es kein Geschenk? Ohne Geschenk. Ohne Geschenk. Ohne Ich sehe nichts. Dann mach die Auge. Ich sehe nichts. Vielleicht meides noch. Aber die Fenster kaputt war. sind da drüben ja du machst natürlich auch ohne durchzugehen ist das jetzt verdächtig einfach mal ich traue ich traue ich traue ich würde dem er nicht dass wir hier oben poltergeist machen wollte ich nein er war nicht der laptop oder der computer ach so wenn du dich als computer verwandt bist du wie jetzt aber war der entgegen gekommen aber ich finde nicht mal die leiche nach unten gelaufen sind in dem raum ist ganz schön immer wenn ich wieder hochlaufen das war irgendwie gekillt so oft heim ich gehe jetzt nach oben dann komme ich jetzt wieder hoch jetzt wird oben gemordet ich bin leichter da oben jetzt richtig rund warum bist du wieder kommen und kommt dran wenn die jacke sein zum bleistift also bist du jetzt bin ich endlich da wo daluk hat der zeitkick ist auch nett sieht man auch nicht alle tage da du bist wieder gekommen das ist natürlich auch interessant will ich lieber die waffe ich glaube ich will lieber die waffe nachladen die katze das war äußerst unhöflich acht schuss habe ich das krieg maxi bist du jetzt böse oder nicht und du trinkst rede ich mir noch nicht ganz sicher wenn ich ehrlich bin du hast getrunken du bist böse nein 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 das ist das ist das können liebe jetzt auch das muss mir glauben was das trinken ja viele nette menschen mit alkoholproblem du hast recht genau deswegen aber du weißt schon dass wir uns jetzt gegenseitig unser alkoholproblem gestehen müssen oh das war ziemlich alt die von mir hallo das war knapp sehr gut ich habe gefallen lasst ein like da die anderen diskutieren gleich noch weiter lasst wie gesagt ein like da schauen wir einfach mal sehen wir uns gut tschau tschau